Peter Altenberg, inspirierende Zitate, Sinnsprüche und Lebensweisheiten zum Nachdenken. Alles, alles rächt sich erst nachträglich. Deshalb glauben so viele, dass sie fein raus sind, ob zwar sie zehn Jahre später unfein darin sind. Die Japaner malen einen Blütenzweig, und es ist der ganze Frühling. Bei uns malen sie den ganzen Frühling, und es ist kaum ein Blütenzweig. Die Menschen zwingen mich liebevoll in das Prokrustesbett ihres eigenen Denkens, und wenn ich dann auch seufze, sagen sie, undankbarer. Das Leben ist so kurz, und die Menschen verstehen es nicht einmal, sich aus den doch noch bestehenden 24 Stunden ein kleines, feines, flüchtiges Paradies zu machen. Morgens die Sonne erwarten, abends die Nacht. Das ist alles. Der Schlaf ist der heilige Versuch der Natur, die Tageswunden zum Verheilen zu bringen. Den Schlaf vorzeitig unterbrechen heißt, heilige Verbände abreißen. Dreierlei Menschen haben kein Geld. Die Verschwender, die Armen und die Geizigen. Die Mode ist ein ästhetisches Verbrechen. Sie will nicht das endgültig Gute, das endgültig Schöne. Sie will immer nur etwas Neues. Wenn es auf Erden richtig zuginge, brauchten wir nicht die Hoffnung aufs Himmelreich. Ein jeder muss eben halt doch seinen Weg gehen, ist ein kompletter, frecher Blödsinn. Wie wenn man sagte, ein jeder Hund muss halt ins Zimmer pissen. Später ist zu spät. Nichts geht verloren von den Herzenskräften. Und das Winseln eines ausgesperrten Hundes kann an das Ohr eines Musikers dringen, der es in eine Symphonie umwandelt, Treue und Sehnsucht. Einen Menschen zu erziehen, heißt, ihm zu sich selbst zu verhelfen. Unwissen ist die einzige Tragödie des Daseins. Es gibt keine andere. Wohin kämen wir, bitte, wenn wir immer nur Idealen nachhängen würden? Zu den Idealen. Gottbegnadete haben es nicht nötig, die Bourgeoisie nicht zu kränken. Und ein jeder, ein jeder deckt Irrtümer auf, Zeit seines Wandelns. Aber er zieht es vor, es mit ins Grab zu nehmen. Weshalb? Aus Schadenfreude. Sport macht aus der romantischen Natur eine Zirkusmanege. Mehr Dampf in einer Lokomotive erzeugen, als nötig ist für ihre höchste Bewegung, ist die Tat eines wahnsinnig gewordenen Maschinenführers. So ist der Mensch. Er rast dahin den Weg des Lebens und wird so breit zermalmt auf seiner Strecke. Der Schlaf ist das wirkliche, vielleicht das einzige Gnadengeschenk der sonst harten und unerbittlichen Natur. Ein Großmaul können die Menschen nicht ausstehen, aber zuhören werden sie immer. Hüte dich vor dem Imposanten. Aus der Länge des Stils kann man nicht auf die Schönheit der Blüte schließen. Wenn jemand im Gespräch sagt, ohne ihnen nahe treten zu wollen, selbstverständlich, tritt er einem direkt mitten in die Seele hinein. Mich interessiert an einer Frau meine Beziehung zu ihr, nicht ihre Beziehung zu mir. Die öffentliche Meinung kann man nur beeinflussen, wenn man gegen sie ist. Wirklich lernen kann man nur das, was man schon wusste, bevor man es gelernt hat. Man wird nämlich allmählich aufmerksam gemacht im Trubel des Lebens. Im Titel liegt das, was man gewollt hat. Und im Inhalt das, was man nicht gekonnt hat. Im Augenblick, da man eine Frau, sein Eigen, nennt, ist sie es schon nicht. Aphorismen sollen nicht ausgedachte Wahrheiten sein, sondern momentane Erleuchtungen aus dem Unterbewusstsein. Niemand kann das erträumen, was nicht in ihm bereits im Keim eingeschlossen liegt. Man erträumt nur seine eigenen Wirklichkeiten, seine idealen Möglichkeiten. Eine Hand wird zusehends schöner, wenn man sie streichelt. So mancher mag in deiner süßen Nähe begeistert sein, mich aber macht erst liebeskrank die Ferne. Nur das Herz hat ewig belebende tropische Wärme. Schönheit allein mordet. Die eleganteste Art, einen Konkurrenten zu besiegen, ist, ihn in dem zu bewundern, worin er besser ist. Es gibt nur einen einzigen wirklichen Größenwahn, der Glaube eines Mannes an die Treue einer geliebten Frau. Es ist traurig, eine Ausnahme zu sein. Aber noch viel trauriger ist es, keine zu sein. Bei geschlossenen Fenstern schlafen und so die Luft, die der Organismus als für seine Zwecke unbrauchbar ausatmet, wieder einatmen müssen, heißt ein idiotischer Selbstbetrüger sein. Für mich ist es am schönsten im Kaffeehaus. Man ist nicht zu Haus und doch nicht an der frischen Luft. Die Zukunft ist die Gegenwart des Vorausschauers. Der Geist ist die ententwickelte Natur. Die Frauenseele ist bescheiden. Sie sucht Jesus Christus und Napoleon, Diogenes und Hölderlin vereint in einem Wesen. Überall gibt es Zuschauer. Das heißt Leute, die sich für etwas interessieren, wofür sie sich gar nicht interessieren. Nein, das Leben ist taktlos, übersieht die feinen Poenken. Ehrfurcht vor reiner frischer Luft wird die Marke künftiger Generationen sein müssen. Der nur das Leben träumt, kann mir nicht Leben geben. Und der es lebt, der nimmt mir meinen Traum. In uns allein ist Traum und Leben eines. Die Ruheheit des Menschen zeigt sich nicht erst im Krieg, sondern bereits im privaten friedlichen Verkehr. Die geschickteste Art, einen Konkurrenten zu besiegen, ist, ihn in dem zu bewundern, worin er besser ist. Mit Ersparnissen an Verdauungsarbeiten wird man zum genialen Menschen. Das Genie ist nichts anderes als ein natürlicher Akkumulator von ersparter Arbeit im Organismus. Welches Zitat hat euch am besten gefallen? Wir warten auf ihre Antwort in den Kommentaren. Abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen.